Aber die werden bestimmt automatisieren, zumindest ist das der Plan von mir. Ist auf jeden Fall schwierig, was zu automatisieren. So, muss auf die Uhr gucken, genau, ich muss da... Okay. Jo, jo, Leute, so sieht das nämlich aus. Jetzt werden die Ecke von, oh, mach's der Terror vor, mit, oh, heul, so gleich rum. Nicht umheulen, ne, es geht weiter. Jo, ja, nehmen wir mal schauen, was wir noch schön bauen, ja, das ist ein Wienmüler, hab ich aber auch noch geplant. Und dann noch ein Leuchtturm, will ich da hinwenden, aber Leuchtturm, glaube ich, den machen wir, glaube, per... Ich glaube, den tue ich nicht bauen, sondern, also schon bauen, aber dann, denke ich mal, im Gamebot. Weil, es ist ein bisschen aufwendig. So. Fertsch. Ist die Scharfe schon voll, halt? Nö, wir haben noch Platz, nach oben. So, die Erde brauchen wir nachher wieder. So, dann könnten wir, theoretisch... Ähm, die Frage ist jetzt, wo beginnt denn unser Haus? Ein tiefer oder ein nicht tiefer? Das ist nun jetzt die Frage aller Fragen. Auf jeden Fall ist das dann der Boden hier wahrscheinlich. Also kann ich das, brauche ich das gar nicht zumachen. Ähm, unsere Hütte wird bald auch sterben müssen. Dann machen wir hier schon mal weiter. Geht, weiter geht's. Ich weiß auch gar nicht, dass jetzt die richtige Höhe ist. Doch, halt schon, ja. Ist schon gar nicht ein Stein, Alter. Geil. Oder nicht Stein. Ja. Ja. Macht das. Haha. Ja, jetzt mischt das eigentlich alles hier. Ich weiß aber nicht, wie lange ich hier graben muss. Das sollte mir da eine Weile dauern. Ich weiß nicht. Irgendwann muss hier das Ende kommen. Irgendwann auch nicht. Tja. Jetzt gehen wir da noch irgendwo nach vorne. Ja. Ja. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. So. Kann man mal schon ernten bestimmt. Wenn man unsere Feld, wie das Feld aussieht. Wird ja alles hier angemengst. Himmel, blub, blubb, 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 blubb. Blubb, 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 blubb. für block block für block für block m jetzt müssen wir wieder gehen erstmal pendeln aber das ist sicher zu und jess rr haben wir geschafft schon eine seite haben wir fertig schon das in kürzester Zeit naja das haben wir noch im angebot ich überlege gerade das ist noch da kann er klein bei den nächsten und putzeln trotzdem er den quatsch so ich habe aber überlegt da können wir noch mal ernten ich weiß nicht so müssen wir irgendwo noch freie so geil guck mal weiß ich auch schon kann ich vielleicht noch sahen zahlen ernten so was gut hier ist schon gut das könnte sein ja aber wie ist denn das 1 CUK jürg kratzi 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 gut halt k die reihe da und die sind dann abzutragen auch bestimmt so fünf minuten länger kann es auch dauern aber es soll jetzt haben wir zwei sechs sind ja keine dann müssen viele holz sammeln ich schaue noch alle kaputt machen und dann werden wir so holz sammeln das können wir mal nebenbei so machen terraform muss man nicht alles schaffen eine seite haben wir schon fertig also immer stück für stück für stück zum bauen so ist noch mal hier so klein lass ich noch ein bisschen zum haus kommen das können wir alles so weg kloppen dass man stehen ich weiß nicht ich finde dass sie geht schneller als dass sie oder täuscht ist weiß nicht die weltmeister fahren über den see über den sehen haus auch wenn es am rohbau sich befinden absoluten rohbau schlöße das ich reiße die sonst die bude ein wird auf jeden fall mit holz gebaut und so rum macht dich aus meinem haus raus verschwinde so aus aus meinem haus ich gebe mein schwert gegen dich und ich werde vernichtet angriff vernichtet also keine chance gehabt essen erst mal was kohle es soll es sieht aus wie keine große zwiebel fertig das ist echt effektiv also ich muss sagen geprahlt gleich ist doch viel besser als hohes fleisch was gelernt wer hat es dir jetzt gedacht ja nice great wunderschön ist so schön aus ich finde das toll so ist das außenlande was uns singen wir sagen also alles so geil ist trinkt noch schluck klein und mal pro hohen ha 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 wer für arbeit er wird hier auf dem so viel trinken ha ja ja so morgen fahr ich das hin und mal interessant so meine herren und kupfer stecher die doch schon ganz gut aus nur noch hier ich habe ich noch schaue eine noch eine schaufel dass wir die ganz ja das war ganz ich brauche erst mal nicht weitermacht ja von mir später machen ist ja uns das mal holz besorgen ich will lieber den beruch ziehen also ich habe keine lust auf die schnauze und so kann so wie die bude so ich mache mir machen noch eine andere kiste mit weißt du was ich meine holz haben wir nicht doch dann haben wir uns eine zweite kiste so packst du jetzt hin das habe ich wohl das falsch mitgenommen blub blub passt die noch hierhin irgendwie wird es lang ein bisschen enge ja ja passt passt das ist super das passt sehr gut jetzt machen wir das mal kurz das hier können ja auf tasche blumen sagen scheiß hier so so ok ja passt ja auf tasche habe ich das halt was ist denn das halt nämlich damit also lass mich raus jetzt junge so wie weit das weißen ist dauert noch ich dauern muss ja na gut na gut na gut so jetzt kann man mit holz sammeln holz und dann kann man nämlich schon mal begrenzungen bauen vierer muss nach oben bauen ne warte mal vier jahre ja genau vier jahre genau das kann ja weiter